Na, Angie, G20-Party, aufgeregt? Kommen ja auch einige Granaten, was? Twitter-Proll und Pussy-Checker, Obertroll und Russen-Hacker. Todesstrafen, Chef-Vollstrecker, Presse ins Gefängnis-Stecker. Frauenverstecker, Saudi, Prügelstrafen, Gaudi. Donald sagt jetzt Tanz, ich kommt alle zu G20. Wenn Autokraten feiern, wird das ziemlich chillig. Aber nicht grad billig, wer hat die dicksten Eier? Jeder kocht sein Süppchen im G20-Gröppchen. Der Merkel wäre Friedenrecht, Putin sagt, ich hör grad schlecht. Du schießt auf Zivilisten, na gut, vielleicht ein bisschen. Kampf dem Terror überall, Erdo sagt auf jeden Fall. Terroristen wisst ihr doch, hab ich alle eingeloppt. Schulden wir's nicht, unseren Kindern Klimawandel zu verhindern. Donald sagt, hau ab, du störst. Amerika kommt immer first, jetzt ist auch schon 10 vor 8. Schnell nen Warfen-Deal gemacht und dann kriegt die Presse voll eins auf die Fresse. Wenn Psychopathen feiern, gibt es Sekt und Häppchen. Ist doch voll der Schnäppchen. Wir finden das zum Reiern. Dann ist außer Spesen leider nix gewesen.